Sonnenklar TV hilft. Und das am liebsten auf der ganzen Welt. Denn was passt besser zu einem zufriedenen Urlauberlächeln als das glückliche Lachen eines Kindes? Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr ist er daher am 15. Dezember zurück. Der große Sonnenklar TV Spendentag für Handicap International. Handicap International unterstützt speziell Kinder und Jugendliche in den ärmsten Ländern der Welt. Die mit einer Behinderung leben müssen. Helfen Sie uns diesen besonders Schutzbedürftigen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wie? Zum Beispiel mit Ihrer eigenen Spendenaktion. Besuchen Sie uns auf www.sonnenklar.tv slash Spendentag und starten Sie Ihr Herzensprojekt. Ob Sport-Event, Geburtstagsfest oder Benefizkonzert. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Die schönsten Projekte stellen wir am 15. Dezember live auf Sonnenklar TV und auf unseren Social-Media-Kanälen vor. Natürlich können Sie auch am großen Spendentag selbst helfen. Durch die Buchung spezieller Reiseangebote oder mit einer direkten Spende an Handicap International. Fleißige Mitarbeiter und prominente Sonnenklar TV Gesichter werden den ganzen Tag telefonisch für Sie erreichbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonnenklar.tv slash Spendentag. Schenken Sie der Welt zu Weihnachten ein glückliches Kinderlachen. Am großen Sonnenklar TV Spendentag für Handicap International. www.sonnenklar.tv Musik 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 Musik